Selten wird eine Serie im Internet so verrissen, wie es aktuell mit Amazon Primes Ringe der Macht passiert. Auf Review-Seiten wie Rotten Tomatoes hat die Serie aktuell einen Audience-Score von 39%. Auf Metacritic, glaube ich, sind es aktuell 2,9%. Nur auf IMDb hat die Serie ein relativ gutes Rating, aber IMDb gehört zu Amazon und es gibt Gerüchte, dass alle negativen Reviews tatsächlich einfach gelöscht wurden. Aber warum ist das denn eigentlich so, wenn die Serie dann doch einigen als gar nicht so schlecht vorkommt? Was sagen die Leute denn eigentlich im Internet dazu? Was sind ihre Hauptkritikpunkte? Genau darum soll es in diesem Video gehen. Vorab seid gewarnt, denn es wird Spoiler geben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Einer der Hauptkritikpunkte im Internet ist, dass in den Ringen der Macht kein wirkliches Tolkien-Universum aufgebaut wird. Dass es sich anfühlt, als wäre man in einer komplett random Fantasy-Welt. Dass die Namen Tolkiens einfach benutzt werden, aber dass die Story nicht wirklich etwas mit der Welt zu tun hat, die die Fans der Bücher und auch der Filme lieben gelernt haben. Sehr oft wird da die Diversität des Casts angeführt. Dass Tolkien eine Welt erschaffen hat, eigentlich in der alle Figuren genauestens beschrieben sind und dass es in der Serie Abweichungen dazu gibt, weil eben Politik im Spiel ist. Es werden aber nicht nur Dinge kritisiert, wie zum Beispiel, dass die Zwerge, die eigentlich ein Leben unter der Erde führen, dann auf einmal dunkelhäutig sind, sondern auch, dass zum Beispiel die weiblichen Zwerge keine Bärte tragen, weil das ja auch so in Tolkiens Bücher beschrieben ist. Eine Entscheidung übrigens, für die ich Amazon eher dankbar bin, weiß nicht, wie es euch geht. Wenn es dann aber um die Hautfarbe der Schauspieler geht, dann kommen oft Rassismusvorwürfe auf. Von Seiten der Schauspieler, aber auch von Amazon selbst. Und ja, es ist zum Teil wirklich widerlich, was im Internet abgeht und wie die Schauspieler von manchen Seiten persönlich angegriffen werden. Aber wenn Rassismus die ausschlaggebende Komponente wäre, warum die Serie so schlecht abschneidet, warum hat dann zum Beispiel House of Dragon einen Audience-Score von 84, glaube ich, auf Rotten Tomatoes und eine fast 9er Bewertung auf IMDb, obwohl die Serie einen ebenfalls eher diverseren Cast diesmal einsetzt. Sehen wir uns mal die anderen Kritikpunkte an. Klar, man kann sich in einer Serie etwas länger Zeit nehmen, die Geschichte aufzubauen. Aber nach zwei Episoden, spätestens würde ich sagen, wäre es gut, wenn man gepackt ist. Aber viele beschweren sich, dass die Episoden bisher eher zäh sind. Dass alles, was bisher in den Episoden vorgekommen ist, aktuell sind wir bei Episode 5, auch gut in einer einzigen Stunde zusammengefasst hätte werden können. Warum muss über drei Episoden in Numenor diskutiert werden, ob man den Südländern jetzt hilft oder nicht? Wie kommen denn die Numenorer dadurch rüber? Nicht wirklich, wie starke entschlossene Krieger, die über das Schicksal Mittelerdes entscheiden, auf jeden Fall. Dann diese ewig langen Sequenzen in Moria mit politischen Intrigen, denen einfach der Pep fehlt, um auch nur ansatzweise so spannend zu sein wie in Game of Thrones. Immer und immer wieder angemerkt ist, dass der Hauptpunkt, warum die Story nicht wirklich in Gang kommt, die schwache Charakterzeichnung der Heldinnen und Helden ist. Die meisten der Kritiker beschweren sich über Galadriel. Sie ist eingebildet, arrogant und verbittert. Sie kann alles, hat praktisch immer recht und ist weiser, mutiger und stärker als alle anderen. Ja, natürlich ist sie eine Elbe, aber man hätte sie sehr wohl sympathischer darstellen können und mit etwas weniger aggressivem Verhalten. Gegenüber anderen Figuren ist sie unbeschreiblich respektlos. Die Szene mit Heilbrand, die Numenor zum Beispiel, wie sie ihm da immer über den Mund fährt, hätte jetzt meines Erachtens nicht so sein müssen, weil warum auch eigentlich? Es gibt viel zu wenige Szenen, in denen Galadriel auch mal als eine Person dargestellt wird, die man mag. Da gibt es ein ganz, ganz tolles Buch über Drehbuchschreiben, das heißt Save the Cat von Black Snyder. Und darin heißt es, dass es einen Moment gleich am Anfang einer Geschichte geben muss, in dem wir die Figur mögen lernen und wir von da an wollen, sozusagen, dass sie gewinnt. Und das stimmt schon, weil welchen Moment gibt es eigentlich in Ringe der Macht, wo wir Galadriel wirklich mögen lernen? Den Moment, wo Galadriel ihre halb erfrorene Truppe praktisch über den Berg jagt, ohne Rücksicht auf Verluste? Oder dass sie einfach in jeder Szene so einfach überhaupt nicht einfühlend mit anderen Figuren agiert und ihr eigentlich alles egal ist, außer ihre eigenen Ziele zu erreichen? Ja, das dann zu Galadriel. Aber auch wirklich interessant fand ich den Punkt, dass es keinen einzig wirklich starken männlichen Helden in der Serie gibt, der an einen Aragorn oder einen Legolas oder Boromir etc. erinnert. Also so einen richtigen, ritterähnlichen, harten Krieger, wie man sie eben aus der Original-Trilogie kennt. Arondi hatte ja das Potenzial dazu, aber wird dann gleich mal in Episode 3 versklavt und steht danach immer eigentlich eher wortlos neben Bronwyn und hat nichts zu sagen. Elrond ist halt ein Politiker, der aussieht, als würde er sich nie die Hände schmutzig machen und wird auch als Figur bisher weder sonderlich klug und interessant dargestellt. Für fünf Episoden redet er nur, bevor er endlich auch mal ein bisschen einem spannenden Dilemma gegenübersteht, das er auch lösen muss. Halbrand wird von Galadriel im Prinzip behandelt wie ein kleines, unmündiges Kind. Isildo ist ständig verträumt. Elendil ist ein Diener ohne eine große eigene Meinung. Theo ein Junge und der vom Himmel gefallene Fremde, eine verwahrloste, wirre Figur, von der wir nach Episode 5 immer noch nicht sonderlich viel wissen. Schon komisch, wenn man eigentlich genauer darüber nachdenkt. Immerhin waren ritterliche, männliche Figuren ein fixer Punkt in der Original-Trilogie. Klar ist es super, wenn es auch weibliche Figuren einem auch mal wichtigere Rollen spielen, aber warum kann man nicht nebenbei auch ein bisschen mehr das Flair der Original-Trilogie wahren? Aber was sagt denn ihr dazu? Wie ist eure Meinung dazu? Lasst es mich gerne in den Kommentaren unten wissen. Wer könnte Sauron sein? Kennen wir ihn schon oder wird es eine komplett neue Figur werden? Klar spannend, aber es gibt auch tatsächlich Stimmen im Internet, die meinen, dass diese Ungewissheit auch viel kaputt macht. Und wenn man genau darüber nachdenkt, wird es schon Sinn machen, denn die Figuren, die potenzielle Sauron-Kandidaten sind, erscheinen eher blass, weil man eben nicht zu viel von ihrem Charakter verraten kann oder möchte, um die Spekulationen eben noch weiter aufzuheizen. So werden wir mit vielen Figuren konfrontiert, aber ohne sie wirklich zu kennen. Am Ende dieses Videos werde ich übrigens nochmal meine Einschätzung darüber abgeben, wer Sauron sein könnte und warum ich von Amazon echt enttäuscht wäre, wenn diese Einschätzung sich bewahrheiten sollte. Fand ich einen sehr interessanten Punkt, Sauron-Identität, ja oder nein, wie auch immer. Aber womit ich definitiv übereinstimme ist, dass die Geschichte um die Identität des Fremden in der Haarfuß-Storyline bisher nicht nur nicht spannend ist, sondern auch wirklich ordentlich an Geschwindigkeit aus der ganzen Geschichte rausnimmt. Weil man eben nicht weiß, wer der Fremde ist und was er will und er nur als verwahrloster Wilder dargestellt ist, interessiere ich mich eigentlich nicht wirklich für ihn. Wie viel spannender wäre es, wenn es klar wäre, dass er sowohl einen Plan verfolgt und wenigstens ein bisschen angedeutet werden würde, in welche Richtung er sich entwickeln könnte. Und zwar von Anfang an das Ganze. So könnte auch übrigens Norris Charakter endlich mal ein bisschen besser rauskommen, wenn sie mal ein bisschen was zu tun hat und mal ein bisschen was passieren würde. Es gibt tatsächlich Leute, die fanden, dass die Anfangsszenen im Auenland in Herr der Ringe die Gefährten langweilig waren, weil den Leuten nach zu wenig passiert ist, obwohl Frodo im Prinzip nach einer halben Stunde seine Ringreise angetreten ist. Aber jetzt passiert eben ganze fünf Episoden lang in der Haarfuß-Storyline gar nichts. Die Ringe der Macht sind im Prequel zu Herr der Ringe, die zu den besten Filmen zählen, die jemals gemacht wurden. Deshalb wird man die Ringe der Macht wohl automatisch mit dem originalen Herr der Ringe vergleichen, besonders wenn man damit praktisch aufgewachsen ist, so wie ich. Viele Stimmen im Internet meinen, man könnte die Filme nicht mit der Serie vergleichen. Aber ich frage mich, warum eigentlich nicht? Nur weil es sich um eine Serie handelt, ist es meiner Meinung nach kein Vorwand dafür, eine Geschichte mit trivialen Storylines künstlich in die Länge zu ziehen und dann zu sagen, Geduld, es kommen fünf Staffeln, es ist noch zu früh, um sich eine Meinung zu bilden. Vielleicht würde das bei einer Serie funktionieren, die nicht im Herr der Ringe-Universum spielt. Aber gerade weil wir mit der Original-Trilogie bereits eine Welt hatten, natürlich vergleicht man dann das, was schon da gewesen ist, mit dem, was jetzt da ist. Und bisher hatte die Serie sechs Stunden oder fast mehr Zeit, eine Welt aufzubauen. Und ja, vielleicht tut sie das für manche eben nicht schlecht. Aber nicht schlecht reicht in diesem Fall nicht aus, wenn es um das Herr der Ringe-Universum geht. Und besonders mit einem riesengroß angekündigten Projekt wie den Ringen der Macht mit einem 1-Milliarden-Dollar-Budget erwarten die Zuschauer natürlich, dass einem der Boden unter den Füßen weggerissen wird und man sich komplett in dem Universum verlieren kann. Und da hatten viele einfach bisher nicht das Gefühl, weil die Serie sich in Atmosphäre und Stil und Dialogen so sehr von der Original-Trilogie unterscheidet. Es hätte locker ein bisschen mehr auf das eingegangen werden können, was Fans wirklich wollen. Ich meine, wäre es so schwer gewesen, den Elben zum Beispiel lange Haare zu geben oder Galadriel sympathisch zu machen oder die Haarfüße nicht auf Biegen und Brechen nur süß und liebenswürdig machen zu wollen, sondern ihnen noch tatsächlich einen Grund zu geben, in der Serie zu sein bzw. ihnen eine Handlung zu geben. Aber es kommt einem beim Schauen oft vor, dass diese Serie eben nicht primär für die Fans gemacht ist. Dass Amazon einfach eine Geschichte erzählt, die in jedem anderen Universum auch hätte spielen können, das nichts von dem Charme von Tolkiens Welt hat. So, und jetzt nochmal meine Einschätzung zu Sauran. Wie schon vorher erwähnt, wird in der Serie doch relativ viel getan, um von diesen ritterlichen Helden, von Männern gespielt, Abstand zu nehmen. Halbrand sieht optisch zum Beispiel Aragorn noch recht ähnlich. Er ist auch, Isildur ausgenommen, der einzige menschliche Mann als Hauptfigur bisher. Leider glaube ich, dass das der Grund ist, warum Halbrand zu Sauran wird oder wenigstens zu einem der NaSchool. Was echt schon fast auffällig wäre, wenn man Halbrand jetzt auch noch böse machen würde, weil man fast meinen könnte, Amazon hätte tatsächlich schon fast eine Abscheu gegen die bisherige Darstellung männlicher Helden im Herr-de-Ringe-Universum. Wobei wir wieder bei dem wären, was Fans wollen und was die Serienmacher wollen. Schreibt in den Kommentaren, was ihr darüber denkt, ob ihr die Serie gut findet oder nicht. Und checkt außerdem gern unser anderes Video aus, in dem es darum geht, warum wir gerade in der heutigen Zeit Filme wie die originale Herr-de-Ringe-Trilogie so dringend brauchen. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.